Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ring. Nervös? Ja klar, ich hab doch gar keine Ahnung von achtjährigen Mädchen. Aber vielleicht ist es ja ein Ding des Schicksals, dass ich mein Leben nochmal komplett umkrempeln soll. Du willst sie wirklich bei dir haben? Wie stellst du dir das vor? Wir sind das ganze Jahr unterwegs. Ach komm, ich... Ich hab doch noch nie davor zurückgescheuert, was Neues zu machen. Mach's mal! Super, Clara, das machst du ganz toll! Nö, sie ist ein Naturtalent. Und wenn sie das noch hat? Du bist dir aber irgendwie unsicher. Was? Nein, ich bin mir unsicher. Ne, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Was ist jetzt bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komm nach sechs Monaten aus Afrika zurück. Nach sechs Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Bis zum nächsten Mal! Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020